Welche Steuerlast steckt in den aktuellen Kursgewinnen bei Wertpapieren? Diese Fragestellung ist durchaus wichtig, weil wir haben beispielsweise bei erbschaftssteuerlichen und schenkungssteuerlichen Vorgängen das Thema, dass die Bemessungsgrundlage für diese Steuer in vielen Fällen auch Kursgewinne beinhaltet. Und wenn der Erbe oder der Beschenkte in die Fußstapfen tritt, dann muss er bei der Veräußerung der Wertpapiere irgendwann die Steuern zahlen. Das heißt, es kann hier zu einer Doppelbesteuerung kommen. Diese ist auch vom Gesetzgeber gewollt und auch nicht diskussionswürdig. Das heißt, hier schon mal ein wichtiger Anwendungsfall, aber auch die Fragestellung grundsätzlich. Ich habe ein Wertpapierdepot in Höhe von x, aber wenn ich heute veräußere, um aus dem Vermögen wieder Einkommen zu generieren für meinen Konsum oder für andere Lebenssachverhalte, dann habe ich ja nicht den Betrag auf dem Konto, der im Depot steht, sondern dieser ist zu reduzieren um die latente Steuerlast. Und von daher merken Sie schon, es gibt viele Anwendungsfälle, um sich damit zu beschäftigen, wie hoch diese Steuerlast ist, um die Brücke zu schlagen vom Depotauszug zur verfügbaren Liquidität. Und wir haben das hier mal für das steuerliche Privatvermögen skizziert, ein konkreter Portfoliofall. Das heißt, wir schauen uns hier zunächst mal an, was haben wir denn an Wertpapieren. Wir haben sonstige Fonds, da sehen Sie schon, wir haben die volle Abgeltungssteuerbelastung ohne Kirchensteuer, aktuell aber negative Ergebnisse, was die Kursentwicklung angeht. Klar, die Zinsentwicklung, die Zinswende schlägt hier zu Buche. Dann sehen Sie schon bei Aktienfonds, durch die Teilfreistellung reduziert sich der effektive Steuersatz von 26 auf 18,5%. Dann gibt es hier ein Zertifikat, was gegen fallende Aktienkurse schützt. Eine globale Aktienprotective Putsch-Strategie, die ETFs mit Termingeschäften kombiniert. Das sehr effizient, weil Termingeschäfte im Privatvermögen nachteilig behandelt werden. Also auch hier voller Steuersatz. Und dann haben wir ein steuerfreies Zertifikat. Warum ist das so? Hier handelt es sich um Gold und je nachdem, wie die Einordnung stattfindet des Wertpapiers, kann dieses Wertpapier wieder steuerfrei veräußert werden, nach einer Haltedauer von mehr als 12 Monaten. Oder es ist vollsteuerpflichtig. Bedeutet natürlich auch, bei Gold, ich muss mir sehr genau überlegen, möchte ich die Einordnung als klassisches Wertpapier, also 25% Abgeltungssteuer, oder soll es eher ein klassisches, privates Spekulationsgeschäft sein, weil gleiches Risiko bei der Preisentwicklung des Edelmetalls führt zu einer veränderten steuerlichen Behandlung. Wir sehen es auch hier im konkreten Beispiel. Der Anleger hat eine Kursveränderung insgesamt von 89.500 Euro. Da können Sie auch eine Null wegnehmen oder eine Null ranschreiben. Das ändert nichts am Ergebnis. Aber wir sehen hier die effektive Steuerbelastung auf die positiven Kursgewinne. Die liegt bei 15,73%. Das heißt, bei unserem Anleger haben wir nicht die klassische 26 plus X Abgeltungssteuerlogik, sondern der Satz ist niedriger, was aus dem Anteil an Aktienfonds reduziert. Thema Teilfreistellung. Und auch aus dem Aspekt, dass wir auch steuerfreie Themen haben. Das heißt, es gilt sehr genau zu überlegen, welche Vermögensklassen will ich in welcher steuerlichen Verpackung, weil im Ergebnis führt die Gestaltung und die Berücksichtigung vorher dazu, dass in vielen Fällen die effektive Steuerbelastung gesenkt werden kann. Diese Themen sollte man regelmäßig betrachten. Auf der einen Seite für die Portfolio-Konstruktion, auf der anderen Seite in der Liquiditätsplanung. Wenn auch absehbar ist, dass irgendwann Gelder aus dem Depot entnommen werden, stellt sich natürlich die Frage, wo nehme ich die raus? Was sind die steuerlichen Konsequenzen? Und vor allem nochmal die wichtige Brücke zu schlagen zwischen der Höhe des Depotvolumens im Online-Banking und der verfügbaren Liquidität an der Ladenkasse. In diesem Sinne darf ich Ihnen eine gute Zeit wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.